Es ist wieder mal Dienstag und Dienstag ist Radiotag. Heute ist wieder mal Radio mit Matthias und mir. Wir machen diese Sendung seit ein paar Jahren. Wir machen einfach Kummerbox, damit man Fragen stellen kann. Das ist für mich die coolste Sendung, weil das ist die, die wir am freestyligsten machen können. Das ist nicht gross vorbereitet, sondern wir können etwas erzählen. Das coolste ist, wir haben ein Flow füreinander. Das ist das Schöne, wenn ich über die Radiosendung nachdenke. Der Ander weiss immer, wann er einspringen und etwas sagen muss. Das ergibt wirklich einen guten Fluss und das finde ich sehr angenehm. Das haben wir uns über Jahre antrainiert, damit wir wissen, wann man etwas sagen muss. Wann ist der Ander fertig. Das macht irgendwie ein angenehmes Gespräch oder so eine angenehme Radiosendung aus, dass es so unzwungen locker ist. Darum mache ich diese Kummerbox am Dienstagabend eigentlich recht gerne. Du bist ja ganz weit, also nicht sehr weit weg gewesen, aber an einem sehr exotischen Ort und davon musst du mir jetzt erzählen. Das war die Halbstundsendung fertig. Könnt ihr nachhören auf nerdfunk.ch ab wahrscheinlich heute Abend. Nein, nein, nicht heute Abend. Ja, ich sehe es ja erst morgen. Also ab heute. Achso. Tschüss. Tschüss. atz t Bis zum nächsten Mal.